Comeback bei Iris Klein und Mr. T. Wann hat sie Peter das letzte Mal gesehen? Yvonne Wölke macht sich lustig über Nasenbruch von ehemaliger Freundin. Das sogenannte Teppichluda Janina Youssefian stolperte über eben diesen und musste sich eine Operation unterziehen. Hallo ihr Lieben, ich wollte mich nur kurz melden, wollte sagen, dass es mir gut geht. Also Wohnseeklinik ist wirklich der eine von besten Kliniken mit den besten Ärzten, kann ich wirklich jedem empfehlen. Ich darf leider nicht so viel reden, melde mich später nochmal. Ex-Busenfreundin Yvonne Wölke-Freutz, die kommentiert, Karma ist. Nebenbei dreht sie auch noch an einem Projekt mit Blankos Ex-Andreas Ellermann und vor einem Song von ihr bleiben wir wohl auch nicht verschont. Vor geraumer Zeit schrieb Iris Klein über Peter und Mr. T. T. Bis zum nächsten Mal.